Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video und wie ihr schon im Titel gesehen habt, machen wir heute Trade-Up-Contracts. Ich freue mich drauf, denn sind jetzt alle drauf? Also, Leute, wir werden heute den Trade-Up-Contract machen von dem 400-Case-Opening von Weihnachten. Wir können insgesamt zwei Stück machen, denn wir haben 20 Pings durch Trade-Up-Contracts und natürlich durchs Ziehen bekommen. Und lustigerweise hat es sich so ergeben, dass wir 10 Field testet haben und 10 Minimal-Wares. Ich habe teilweise noch ein bisschen was verkauft und wieder nachgekauft. Auf jeden Fall werden wir jetzt zwei Trade-Ups machen. Einmal die Field testet und einmal die Minimal-Wares. So, jetzt ist die Frage, mit was ich anfangen soll. Ich glaube, wenn ich jetzt mit der Field testet anfange, ja, und dann die Hyper-Beast bekommen, dann ist die in Field testet. Und wenn ich denn den Minimal-Wares-Trader mache, kommt die Neon-Rider-Wares. Ich kenne, ich war, ich kenne CS-Go-R und ich kenne O-R 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 und ich kenne O-R. Minimal-Wares. 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 So. Also 10 Mal die Farmers Gin in Minimal-Wares. Mit was unterschreibe ich jetzt? Ähm. Bitte. 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 Liebe. Lieber. Upsa. Geben. Kein. Ähm. Scheiß. das füllen wir aus so und auch wenn ihr es mir nicht glaubt ich drücke zack mit contract und werde wegschauen ja weil ich will es nicht wissen leute ich steh jetzt hier mit geschlossenen augen es wurde schon geöffnet ach du scheiße und es ist es ist ja leute ich wusste so würde ich sagen machen wir noch den letzten ich hab da eigentlich zu viel machen wir um die galils rein spielt kein schwein so proceed also nochmal bitte auch wenn es jetzt ein bisschen dauert leute spult vor ist mir völlig egal bitte lieber geben kein kein scheiß so wenn das nochmal funktioniert ja dann weiß ich nicht dann rasch dir hier vollkommen aus so submet contract ich werde bitte nicht hingucken weil ich will es einfach nicht wissen ich höre wie die Buchstaben da durchgraten und ich höre wann es aufmacht so nur leute ich weiß nicht ich hab ich hab kein gutes gefühl wow was never alter 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 was geil dies noch 15 was ist die 25 Leute ich weiß nicht was ich dazu sagen soll ja einfach nur geil boah nun mal kurz hier boah leute könnten wir von dem letzten noch ein trader machen das ist das hier glaube ich gern muss erstmal gucken kann ich das kann ich da irgendwie kann ich hier irgendwie kann ich mal kurz gucken w 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 wenn wir in zu holler mal auf wiedersehen